Ich bin heute Abend wieder auf Twitch, also am Montagabend 20 Uhr mit etwas neuem Konzept Ich sage mal so, dass es so halb privat, halb nicht Also ich werde Harry Potter streamen Also ich habe mal überlegt, wozu habe ich mal wieder so richtig Bock irgendwie Und werde nebenbei die eine oder andere Frage beantworten von euch Also wenn ihr Bock habt vorbeizukommen, wunderbar, wenn nicht auch wunderbar 20 Uhr twitch.de-liebeschip Ja, heute haben wir eine Mail, wo es darum geht, es läuft eigentlich alles Aber die politischen Einstellungen sind komplett unterschiedlich Das kann ja auch mal sein So, eine Nachricht von Ronja Witschkola Und sie schreibt Lieber Christian, ich bin wie 40 und nach einer gescheiterten, toxischen Ehe Nun sind ein paar Monate in einer neuen Beziehung Nach der Trennung von meinem Ehemann Habe ich rund zwei Jahre für mich gebraucht, um mal anzukommen Und wieder ein gesundes Leben zu führen Dabei half mir jede Menge Achtsamkeit Mieter im Yoga, Meditation Zwei mit meinen Freunden natürlich auch einstiegige Podcasts wie deiner Vielen Dank schon mal an dieser Stelle Ich finde dich und deine Tipps wirklich richtig klasse Irgendwann verspürt ich das Bedürfnis nach Verbundenheit Und so manifestierte ich mir meinen Partner Und nach einem halben Jahr begegnen wir uns auf einer Dating-Plattform Mit dem Entschluss Alles darf, nichts muss Haben wir uns circa eine Woche geschrieben Und Sprachnachrichten geschickt Und uns dann am Ende des ersten Dates zum Abschied sanft geküsst Es ging von ihm aus Und beim zweiten Date gab es mehr Es entwickelt sich nach wenigen Monaten eine sehr schöne und liebevolle Beziehung Inzwischen circa fünf Monate Wir verbringen gerne Zeit miteinander Der Bettsport ist sehr leidenschaftlich Und seine Freunde und einen Teil seiner Familie habe ich auch schon kennengelernt So könnte es für mich weitergehen Was kann jetzt noch passieren? Es ist immer irgendwas Wobei ich kriege natürlich auch nur die E-Mails Wo es noch Probleme gibt Ist ja natürlich auch immer klar Soweit alles gut Das Problem ist deine politische Einstellung Ich habe versucht es zu ignorieren Aber da ich der Meinung bin Dass es nur mal jeder seine Meinung haben darf Und ich ja meine auch behalte Geht er sehr offen bei mir damit um Er ist leider sehr rechts Und hat sehr festgefahrene Meinungen zu unserer Gesellschaft Und unserer Geschichte Er tummelt sich in einschlägigen Foren Und hat auch negative Meinungen zu Immigration Meine Meinung ist komplett anders Ich habe immer links gewählt Und bin sehr offen für eine multikulturelle Gesellschaft Und habe eine queere Tochter und so weiter Ich glaube Dass ich damit umgehen kann Weil es wirklich das Einzige ist Was ich nicht an ihm liebe Jetzt mal eine Frage Kann das gut gehen? Ist es möglich eine Beziehung zu führen In der man so ein krass unterschiedliches Weltbild hat? Hat Ja Das ist echt eine schwierige Frage Ich habe das eben auch mal hier mit Aileen diskutiert Selbst wir haben da unterschiedliche Meinungen zu Habe ich gemerkt Also Also jetzt nur Ich meine ich habe auch jetzt Nehmen wir mal Aileen Wir haben auch nicht die gleiche politische Meinung Also das finde ich jetzt Also wenn es einfach nur Unterschiedliche Meinungen sind Sag mal so der eine wählt Keine Ahnung Tierschutzpartei Oder Oder die FDP Und andere will die CDU Oder Oder was weiß ich Was es da noch alles gibt Keine Ahnung Ja Sobald wir in der Beziehung Das natürlich aushalten können Das ist vielleicht manchmal Es ist wirklich leicht Darüber zu streiten Über sowas Klar Aber man kann natürlich nicht erwarten Dass in der Beziehung immer alles Das wäre auch langweilig Und alles Alles ist gleich Überall die gleiche Meinung Ist da auch total Langweilig irgendwie Und ich bin auch der Meinung Aber vielleicht mich Vielleicht seht ihr das anders Dass es zunehmen wird Ich glaube die Ich glaube also Dieser Konsens Den es früher mal gab Sag ich mal 70er, 80er Den gibt es glaube ich nicht mehr Und ich denke dass Die Soll ich mal sagen Dass diese Politischen Meinungen Die driften nach links Und nach rechts Gerade Und weil alle unzufrieden sind Glaube ich Irgendwie so In Deutschland Und der eine geht halt Mit dahin Der andere geht dahin Und Also ich denke Es wird zunehmen Das heißt Du wirst auf Partner treffen Die nicht die gleiche Politische Meinung haben Also da muss man glaube ich Ein Stück weit Mit klarkommen Jetzt natürlich die Frage Wie weit geht das Also wenn es sozusagen Einfach nur politische Meinungen sind Also der eine sagt Tempolimit 130 Der andere sagt Tempolimit 230 Ja okay Muss man Ich denke da muss man auch So eine gewisse Offenheit haben Sinn in der Demokratie Wenn das jetzt natürlich so Sachen betrifft Die so Menschenbild Betreffen So also die Die in irgendeiner Weise So grundsätzlich Abwertend sind Oder undemokratisch Oder Radikal womöglich Dann wird es natürlich Schon schwieriger Also ob man das So auf die Dauer Ignorieren kann Weiß ich nicht Dann wird es natürlich Echt schwierig Jetzt Kann auch sagen Jetzt Also Aline ist der Meinung Dass das Also dass es dann Echt nicht geht Und Ja und Also wenn das Für einen nicht geht Dann sollte man das Vielleicht auch Man das kriegt man ja Früh mit Sollte man es vielleicht auch Aussortieren gleich Ich muss eigentlich immer denken An Ich habe früher so Ferienlager gemacht Irgendwie Und Der Vergleich hing natürlich Aber Ferienlager gemacht So als Leiter Irgendwie ganz viel So Und Da weiß ich noch Eins der letzten Was ich so gemacht hatte Dass da plötzlich Unter den jugendlichen Teilnehmern Ja So richtig Rechts Rechts Bis rechtsradikale Sachen vorherrschten Also total verstörend War Wirklich Also bis Also wirklich Verstörend Auch die Musik Was sie gehört haben Und so Und ich weiß noch Dass wir dann Wir natürlich so als Linksliberal Sozialisiert In der alten Bundesrepublik Und Das geht ja gar nicht Und wir haben Druck gemacht Und wir haben Terz gemacht Und wir haben Dagegen angearbeitet Und das wurde echt Immer schlimmer In diesen 14 Tagen Und das werde ich nie vergessen Wie wir da damals So umgeschaltet haben Und gesagt haben Ja Wir gehen ja Wir rennen uns ja nicht mehr Jetzt im Kopf gegen an Wir versuchen jetzt einfach Hier ein gutes Lager zu haben Versuchen die wieder als Sozusagen Einfach so als den Menschen zu sehen Und das Okay Die haben jetzt Jugendliche Schwierige Sinnungen Keine Ahnung Und Haben uns wirklich so wieder Auf die Beziehungen Fokussiert Sag ich mal Und dann wurde es plötzlich Das fand ich wirklich Eine irre Erfahrung Viel besser Und Das hat auch Viel mehr bei denen erreicht Als dieses Diskutieren irgendwie Und Und Ja Und man merkt ja auch Dass sie das eigentlich Gar nicht so Fühlen Sondern dass es einfach So ein Frust ist Oder auch Was weiß ich Jugendlicher Übermut Oder keine Ahnung Jetzt bin ich aber kein Ich bin kein Politiker Also Wie gesagt Bin kein Soziologe Und ich weiß nicht was Aber ich wollte diesen Gedanken Mal nur reinbringen Man muss sich ja immer fragen Wenn das Wenn dein Partner So ein bisschen schwierige Vielleicht jetzt auch nicht Relativieren Was er da macht Wie gesagt ist Mir geht es nur um Diesen Beziehungsaspekt Hier gerade Man muss sich ja mal fragen Wo ändern sich denn Solche Meinungen Die ändern sich ja nicht Wenn du immer Mit den gleichen Leuten Zusammen bist Da Also da kriegst du immer Das gleiche Und radikalisierst dich Womöglich immer mehr Deswegen könnte natürlich Eine Beziehung mit jemand Der ein ganz anderes Weltbild hat Und Überhaupt eine liebevolle Beziehung Kann sowas natürlich ändern So ne Und Ich frage mich schon Wenn man jetzt immer Ablehnt 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 Will ich nichts mehr zu tun haben Weiß ich nicht Wo soll da Veränderung passieren So ne Das ist so ein bisschen Die Frage Also dieses Gegen Also dieses Gegen Also das weiß ich Dass es psychologisch Oft so ist Dass dieses Gegen Andrücken Macht es häufig Noch schlimmer Andererseits Muss man natürlich Grenzen haben Dieser Gesellschaft Also wie gesagt Ich weiß es nicht Wie weit das geht Du deutest es ja auch nur an Und ich verstehe das Also ich verstehe das Problem Absolut Und Aber das sind so die Gedanken Wie ich jetzt Dazu hab Aber Letztlich ist es natürlich Auch wieder eine starke Frage Von Vielleicht ist es Jetzt nicht unbedingt Ein Dealbreaker Aber es ist letztlich Schon eine Frage von Standards Ne Ihr habt da unterschiedliche Standards In der Beziehung Und wie gesagt Das kann funktionieren Aber Es kann natürlich auch Weiß ich nicht Welchen Weg So eure Sachen Eure Einstellungen Da so gehen Es kann natürlich auch Schwieriger werden Also ich denke immer Solange man sich noch Auf so einem demokratischen Boden bewegt Finde ich Muss eine Beziehung Das auf jeden Fall Aushalten können Sonst danach Dahinter wird es natürlich Schwierig Weil Ja auch Also es gibt eben Auch viele Menschen Für die sind auch Linke und Multikulturelle Ansichten Radikal Die politischen Meinungen sind natürlich Total unterschiedlich Und wie gesagt Weil ich glaube Dass Also meiner Ansicht Merkt man das jetzt schon Dass der Druck Zunimmt in Deutschland Dass das Land Irgendwie nicht gut läuft Und Das bedeutet natürlich auch Dass sich die Meinungen Weiter radikalisieren Weil jeder hat so andere Rezepte Was man jetzt unbedingt Ändern muss So und Aber gut Wie gesagt Wenn es natürlich Weiter geht Ähm Kann ich mir schon vorstellen Dass es die Beziehung Doch sehr stört Irgendwann Und dass es vielleicht Sachen gibt Mit denen du echt Nicht mehr Leben kannst Ja das sind meine Gedanken dazu Diesmal nicht so Black and white Irgendwie Ähm Muss man mal schauen Hoffe da kannst du Am Ende was anfangen Bin gespannt was ihr dazu Sagt in den Kommentaren Ähm Ja meine Kurse Findest du auf Libyship.de Und Gib noch den Ähm Neuen Dramakurs Vergünstigt Und Nächsten Monat Ähm Geht auch wieder Ich glaube Die Selbstliebe Challenge Los In diesem Sinne Wir sehen uns bald wieder Schau ihr Lieben Dramakurs 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 Untertitelung des ZDF, 2020